Achso. Klar. Alter. Immer von hinten, ne? Immer. Uh. Alter. Von wo? Von wo kam der denn jetzt schon wieder? Am Arsch. Ja. Mach ich doch schon oft. Aber offenbar nicht oft genug. Nee. Können die ihn nicht. Hihi. Achso. Verdammt. Die Granaten habe ich hier noch nicht aufgesammelt. Also sind wir ein bisschen doof. Okay. So. Ein bisschen Muni hier nehmen wir noch. Uh. Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Ein Penetrator. Den werden wir auch ein bisschen pervers hier, ne? Na gut. So. So. Lasse ich dafür wirklich die Waffe da? Ich meine, die Pistolen nutze ich sowieso eigentlich kaum, ne? Komm. Wechseln wir nochmal so. Dann penetrieren wir mal ein bisschen. Gut. Gut. Hier hoch würde ich sagen. So. Damit ich auch direkt hier schön... Alter, der hat voll den Stachel in der... Wie geil. Schade, dass man die Munition nicht wieder aufheben kann. Alter, weil ich ihm da erstmal drei solche Dinger in die Fresse. Okay, dahin offenbar nicht. Soll ich hier Feinde... Alle... Feinde alle eliminieren? Alle Feinde hier eliminieren? Oder... Ah, nee. Schon klar. Schon klar. Hier lang soll ich. Oh. Nicht gleich den Kopf verlieren. Okay, kann ich hier rein? Soll ich sogar. Dann gucke ich nochmal kurz. Ne, hier liegt nur noch ein Schädel rum. Ich wollte gerade was ausprobieren, aber... Das wäre Munitionsverschwendung gewesen. Okay, Checkpoint. Sehr gut. Ich habe schon wieder nicht mit F5... Äh, Quick Save da gemacht. Irgendwie. Obwohl ich es mir vorgenommen hatte. Ja. Alles klar. Alter, steht der da oben immer noch. Ruhe jetzt. Ich will kein Wort mehr hören. So. Oha. Wuhuuu. Zack. Und noch ein. Ach, ästhetisch. Alter. Die Dinger sind echt... Sind ganz schöne Bolzen. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier alle erledigt habe und nicht gleich wieder einer von hinten angeschissen kommt. Ah, sehr gut. Reflex Boost hier. Oh Gott. Dunkel. Weg hier. Angst. Okay, da komme ich, glaube ich, nicht so rüber. Scheiße. Okay, ich muss mal kurz gucken. Toll. Stumpf. Stumpf. Na ja. So. Hier lang, hier lang, hier lang. Und voila. Und nochmal, weil es so schön war. By the way. Wo ich alle Gegner hier jetzt schon erledigt habe. Kann ich ja mal Quick Save machen. Ups. Achso, okay. Kann ich mir also nicht aussuchen. Hopp. Okay. Okay. Alter, nicht schlecht. Habe ich seine Eier an die Wand getackert. Na echt, Kollege? So, wo geht's weiter? Da. So. Sturzschaden auch direkt hier wieder ausgebessert. Ach, komm. Jetzt ist er weg, oder was? Ach, scheiße. Da komm ich nicht an. Von wo? Da haben wir ihn. Zack. An die Wand gepinnt. Sehr schön. Zack. Sehr schöne Waffe. Ja, die war... Aber ich glaube, im ersten hat schon ein Headshot ausgereicht, um sie an die Wand zu nageln, ne? Eins. Zwei. Drei Headshots. Ich find das so genial. Eins. Zwei. Drei. So. Vielleicht hab ich damit hier jemanden weggebombt. So, Z und aufsammeln. Uiuiuiuiuiuiui. Alter, so ein Dicker. So ein Dicker. Ernsthaft? Scheiße. Egal. Das ist eine gute Position hier. Alter, wie laut die immer sind hier. Was soll denn der Krach? Wer fährt eigentlich immer die Autos? Ist das auch einer von denen? Muss ja. Sonst wär der ja... Naja. Ach komm. So. Mehr Penetrator-Munition. Hier 74 Schuss. Geil. Leckt mich. Jetzt ist der Motor mit einmal aus, oder was? Muss auch geil sein, da drin zu fahren, ne? So. Ist hier noch irgendwo irgendwie irgendwas? Nee. Alles klar. Alter, dass das schon wieder hier so leise ist, ne? Keine Musik. Wirklich gar nix. Ja, was ist es? Oh, toll. Oh, nett. Scheiße. Quick Save. Oh Gott, ey. Alter. Gar nicht brutal hier. Wow Alter, was ist das für ein kleines stinkendes Scheißteil Alter Schwede Hab ich mich erschrocken hier wieder Alter Egal, kann dir das gleich mitnehmen Wir müssen da durch, okay Ich hätte auch eine Granate werfen können, wahrscheinlich So Geschütztäume, was Können ganz hilfreich sein Auf jeden Fall Okay, hier war nichts mehr Ich wollte nur oft nochmal sicher gehen Ich wusste es Oh, feierabend Darf ich Da wollte ich doch noch auf den anderen zielen Achso, der ist schon tot Ein Glück Habe ich ja fast gar keine Munition verschwendet an denen So, komm Ich kann es mir leisten jetzt gerade Und cool Der ging voll den ich fresse Alter Verfolgt mich hier irgendeine Motherfucker Tatsache Der verfolgt mich Oh yeah Okay, was ist da? Da will ich hin Wo sind denn hier die Turmgeschütze? Nee, nee, nee Alter Fick dich Fickt euch Hier Nein Irgendwie nicht Uh Leben Yay So Ich glaube, das war ein bisschen redundant da Aber Oder unnötig Leer Alter Du kleine Pissnäcke Nein Wie schnell hat der mich denn down bekommen? Ist das ein Witz? Am Arsch Scheiße, Mann Boah, super, ey Oh, der war sogar sofort fast tot Konnte nicht mal mehr um Hilfe rufen Scheiße Wollte ich eigentlich noch nicht hin War so klar War so klar Alter, hat's den hier direkt runter gehauen? Oder ist das der mit den Ups Mit den Penetrator-Schüssen im Schädel So Scheiße Oh Scheiße Achilles Er Shit Scheiße, Scheiße.